Wie viel Geld verdient man eigentlich nach einem Studium der sozialen Arbeit? In diesem Video wollen wir uns das Einstiegsgehalt, das mittlere Gehalt und das Maximalgehalt im Jahr 2024 für die soziale Arbeit anschauen. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video schauen wir uns an, mit welchem Gehalt Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter im Jahr 2024 rechnen können. Lasse gerne ein kostenloses Abo da, um keins der wöchentlichen Videos mehr zu verpassen und die Arbeit hinter dem Erzieherkanal zu unterstützen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Wie hoch das Gehalt ist, ist von einigen Faktoren abhängig. Es gibt also keine 100%ige allgemeingültige Antwort darauf, was eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter verdient. Es kann sogar so weit gehen, dass trotz gleicher Qualifikation, gleicher Berufserfahrung und gleicher Tätigkeit im Jahr ein Unterschied von mehreren tausend Euro entsteht. Bei identischer Arbeit. Damit du selbst nicht finanziell ausgebeutet wirst, ist es wichtig, dass du die gleichfolgenden Punkte kennst. Wovon ist das Gehalt abhängig? Das Wichtigste ist der Tarifvertrag. Hier gibt es viele unterschiedliche, beispielsweise den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes Sozial- und Erziehungsdienst, kurz TVED-SUE, oder den Tarifvertrag der Länder, kurz TVL. Meist wird in der Stellenausschreibung schon der Tarifvertrag genannt. Auch große Träger wie Caritas und DRK haben eigene Tarifverträge. Der Tarifvertrag regelt die Höhe des Gehaltes und gleichzeitig sind meist automatische Gehaltserhöhungen inbegriffen. Viele Beschäftigte im Sozialwesen werden nach TVED bezahlt. Dieser Tarifvertrag ist auch empfehlenswert. Wir werden uns in diesem Video deshalb die Zahlen zu diesem Tarifvertrag anschauen. So wird das Ganze auch besser vergleichbar. Die Angaben basieren auf den Daten für das Jahr 2024. Ich verlinke dir den Rechner und weitere Infos dazu in der Videobeschreibung. Im TVED gibt es sogenannte Entgeltgruppen, die Gruppen S2 bis S18. Je nach ausgeführter Tätigkeit wirst du in eine der Entgeltgruppen eingruppiert. In der sozialen Arbeit wirst du also in der Regel zwischen S11b und S14 eingruppiert. Die Gruppe ist abhängig von der ausgeführten Tätigkeit. Außerdem wird im TVED auch die Berufserfahrung honoriert. Hier gibt es automatische Erhöhungen, welche in Stufen geregelt werden. Bei Berufseinstieg fängst du in Stufe 1 an. Neben dem Tarifvertrag ist es logischerweise auch relevant, wie viele Stunden du eigentlich in der Woche arbeitest. Daran bemisst sich dein Gehalt. Vollzeit ist in den meisten Verträgen ein wöchentlicher Stundenumfang zwischen 38 und 40 Stunden. Arbeitest du beispielsweise 20 Stunden die Woche, dann wirst du etwa 50% des Brutto-Vollzeit-Gehalts erhalten. Netto sind es sogar etwas mehr, da die Steuerlast dann geringer ist. Der dritte Punkt, der dein Gehalt beeinflusst, ist die Steuerklasse. Von deinem Gehalt gehen nämlich auch noch Steuern und Sozialabgaben ab. Ist alles abgezogen, dann spricht man von dem Nettogehalt, also das Geld, was du am Ende auf dein Konto überwiesen bekommst. Ohne die steuerlichen und sozialen Abgaben spricht man vom Brutto-Gehalt. Die Steuerklasse regelt, wie viele Steuern du zahlen musst. Es gibt die Steuerklassen 1 bis 6. Bist du nicht verheiratet und hast keine Kinder, dann bist du in aller Regel in Steuerklasse 1. Wir gehen in diesem Video also von dem Tarifvertrag TVÖD aus. Die wird gleich in der Übersicht das Gehalt für die Entgeltgruppe S11b angezeigt und daneben das für S14. So weißt du dann, was minimal und was maximal bezüglich der Entgeltgruppen für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter möglich ist. Außerdem rechnen wir mit einer Vollzeitstelle und der Steuerklasse 1. Wir gucken uns an, was du dann bei Einstieg erhalten würdest, wie viel bei mittlerer Berufserfahrung und wie viel in der maximalen Stufe. Den Link zum Rechner findest du wie gesagt in der Videobeschreibung. So kannst du individuell auch deine Daten einmal eintragen. Fangen wir mit dem Einstiegsgehalt in der sozialen Arbeit an. Im Jahr erhältst du unter diesen Konditionen ein Brutto-Jahresgehalt in Höhe von 44.370,60 Euro Beziehungsweise 46.164,36 Euro Hinzu kommen Brutto-Jahres-Sonderzahlungen in Höhe von 2.598,64 Euro Beziehungsweise 2.703,69 Euro Auf den Monat bezogen liegt dein Brutto-Gehalt bei 3.697,55 Euro Beziehungsweise 4.072,33 Euro Dein Netto-Gehalt, also das, was du dann jeden Monat überwiesen bekommst Liegt bei Steuerklasse 1 und Vollzeitarbeit bei 2.330,24 Euro Beziehungsweise bei 2.406,46 Euro Machen wir weiter mit dem Gehalt auf mittlerer Erfahrungsstufe Im Jahr erhältst du unter diesen Konditionen ein Brutto-Jahresgehalt in Höhe von 49.504,68 Euro Beziehungsweise 53.064,60 Euro Hinzu kommen Brutto-Jahres-Sonderzahlungen in Höhe von 2.899,32 Euro Beziehungsweise 3.107,82 Euro Auf den Monat bezogen liegt dein Brutto-Gehalt bei 4.125,39 Euro Beziehungsweise bei 4.422,05 Euro Dein Netto-Gehalt, also das, was du jeden Monat überwiesen bekommst Liegt bei Steuerklasse 1 und Vollzeitarbeit bei 2.546,47 Euro Beziehungsweise bei 2.693,14 Euro Schauen wir uns jetzt die Maximal-Gehaltstufe für die soziale Arbeit einmal an Im Jahr erhältst du unter diesen Konditionen ein Brutto-Jahresgehalt in Höhe von 61.658,76 Euro Beziehungsweise von 64.055,64 Euro Hinzu kommen Brutto-Jahres-Sonderzahlungen in Höhe von 3.611,15 Euro Beziehungsweise 3.751,53 Euro Auf den Monat bezogen liegt dein Brutto-Gehalt dann bei 5.138,23 Euro Beziehungsweise bei 5.337,97 Euro Dein Netto-Gehalt, also das, was du dann jeden Monat überwiesen bekommst Liegt bei Steuerklasse 1 und Vollzeitarbeit bei 3.067,53 Euro Beziehungsweise bei 3.174,24 Euro Eine wichtige Sache möchte ich noch erwähnen Es wird immer nach Tätigkeit gezahlt, nicht nach Qualifikation Du kannst also einen Bachelor-, Master- und Doktortitel im Sozialwesen haben Ist die Stelle aber beispielsweise als Erzieher ausgeschrieben, wirst du auch danach bezahlt Die Qualifikation drüber ist dann geldtechnisch egal Klingt logisch, aber ich halte immer mal wieder Nachrichten von Personen, die studiert haben Dann in die Kita gehen und sich wundern, dass sie finanziell nicht entlohnt werden Beispielsweise wenn ausgebildete Erzieher noch ein Studium der Elementarpädagogik Oder Kindheitspädagogik absolvieren und dann in der Kita arbeiten Finanziell wird das in 99% der Fälle nicht honoriert Finanziell wird das in 99% der Fälle nicht genutzt Finanziell wird das in 99% der Fälle nicht genutzt Finanziell wird das in 99% der Fälle nicht genutzt Finanziell wird das in 99% der Fälle nicht genutzt Finanziell wird das in 99% der Fälle nicht genutzt Finanziell wird das in 99% der Fälle nicht genutzt Finanziell wird das in 99% der Fälle nicht genutzt Finanziell wird das in 99% der Fälle nicht genutzt